servus grüß euch und hallo herzlich willkommen zu bloodbowl und es gibt ein weiteres spiel aus der sommerliga besser gesagt aus dem sommer turnier von writing bull organisiert vom writing bulls community und heute ist unser gegner coach ask hier mit seinen space balls ach dieses spiel kam ein bisschen lustig zustande wir sind ja wie gesagt in einer leder sowie wenn ihr platzball auch spielt die die open leder startet dann wird ein zufälliger gegner ausgewählt normalerweise läuft es aber so in dieser leder sind nur 13 14 teams wenn man hier in die suche startet kann man mal stunden warten um überhaupt den gegner zu finden eigentlich war ich in die fix verarbeitet zu dem spiel und haben beide die suche gestartet und die fix und kein gewonnen und ich habe hier um den coach ask hier gefunden der mit seinen menschlein unterwegs ist ja ob so menschen ihr wisst es ist das klassische matchup von bloodbowl es sind die ersten zwei rassen die jetzt auch wieder für die neue erscheinung des tabletops rausgekommen sind und diese auch schon beim ersten spiel gehabt also orcs gegen menschen ist eigentlich der klassiker die anderen rassen sind erst später und games workshop kommentiert wurden teammäßig bei uns hat sie eigentlich nicht viel geändert es ist so müssen wir mal kurz schauen dass ich einen linemen habe der in diesem spiel nicht dabei ist genau der bewegungseingeschränkt ist genau der ist im letzten spiel verletzt worden und deswegen haben wir jetzt hier einen loner dabei diesen mock tor aber wir müssen uns natürlich noch die menschlein angucken die wangler habe ich auch ziemlich umgelevelt ich das noch so richtig im kopf habe schauen wir es uns mal kurz an ja feldspieler feldspieler ja alle noch ohne ssps also ein ganz frisches team also hat es teamwert dadurch dass ich schon jemanden jetzt verletzt habe und den loner bekommen ab und so eigentlich nur mein ab und noch kein level ab ziemlich gleich hier denke ich erst mal den ball ab und das suche es erstmal die menschlein ein bisschen umzuhauen kommen wir schieben und kommen den zweiten mensch leider nur jetzt blitz ich den aus dem grunde ich möchte nämlich den auger faulen das war so mein ziel und zwar glaube ich mache jetzt einen blöden fehler also hier ich habe in dem spiel viele kleine fehler gemacht die war da ein bisschen abgelenkt und wieso schiebe ich ihn hier hin ich muss ihn ja hierhin schieben dass ich die noch eine zusätzliche unterstützung habe aber gut steht sie den schwarzer knocht dran er hier den blitzer noch daran so wie zumindest drei unterstützer jetzt kommt das v ja und ich habe trotzdem glück dass pizza mampf k.o. geht die space balls ja ich weiß nicht ich denke mal ihr kennt den film vielleicht wisst ihr auch wer wer pizzer mampf ist pizzer mampf ist java de hud wer star wars kennt hier kommt der einwürfelblock auf meinen schwarzer kappt mit brustern brustern und jetzt habe ich hier schon zwei spieler um den flanken durchgebracht und möchte mich so ein bisschen von meinen alt träger und meinem feldspieler hier auseinander bringen das möchte ich natürlich nicht zu lassen hier stellt er seine verteidigung auf hier stehen wir auf blitzen wir den als erstes mal weg nur schieben so nicht so schlimm bewegen uns noch hier die richtung jetzt formen wir hier in der mitte in cage und stellen wir noch zu und der vollendet jetzt den cage weil diese hier wenn ich sicher gewesen hier wäre mein feldspieler mein werfer blitzbar gewesen den hätte ich eigentlich eher stehen lassen sollen um ihn hier vielleicht am aufstehen ein bisschen zu hindern wäre besser gewesen jetzt bekommt er hier natürlich die unterstützung aber gut dafür habe ich meinen blitzer kommt frei ob ich nicht frei weil er zugestellt wird und hier knackt mal wieder eine wüstung meiner schwarze x halkogen ist wieder mal gelähmt und jetzt kommt der blitz auf den blitzer oder jetzt wird hier sehr offensiv verteidigt Wie rollt das sogar? Und kann sich hier jetzt befreien. Ich habe jetzt hier entschieden, mich auf die linke Flanke zu konzentrieren, weil die aktuell die Schwächere ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Menschlein ja genügend Bewegung haben, um die Verteidigung umzustellen. Hier riskiere ich das GoFoot und mache hier noch nichts zu. Der Dodge klappt nicht. Genau, ihr habt auch gehört, die Zeit wäre mir beinahe ausgelaufen. Ich habe hier ein bisschen überlegt, was ich mache. Jetzt habe ich hier rechts mit dem Feldspieler ein bisschen eine Bedrohung geschaffen. Habe in der Mitte noch ein paar Spieler für die Ballübergabe, wenn es notwendig sein sollte. Und habe meinen Cage nach links verlagert. Der Schwarzer war klar, dass der nochmal runter geht. Er schiebt ihn sogar in seine eigene Hälfte. Jetzt kommt der Blitz auf den Schwarzer. Hätte ich genauso gemacht. Und jetzt kann er sogar noch meinen Feldspieler zustellen. Ausweichen geht hier schief. Und somit haben wir einen Turnover. Er hatte den Reroll mit dabei. Und was hat er gewürfelt? Die Doppel 1. So, dann stehen wir mal mit unseren Spielern wieder auf. Und hier blitzen wir den Feldspieler. Glaubt auch. Der Cage wird ein bisschen neu ausgerechnet. Und hier folgt das Foul auf den Fänger. Hier haben wir nur eine Lähmung. Major Arschloch ist gelähmt. Die Namen beim Spielen fallen mir immer weniger auf. Bei den Replays eher. Spaceballs ist echt ein Film. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Kann ich nur empfehlen. Es ist halt eine reine Star Wars Verarsche, aber so cool. Hier geht er jetzt aggressiv auf meinen Cage. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und in dem Spiel halten meine Schwarzeugs zumindest mal ein bisschen jetzt aus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab's. So. Hier habe ich mich jetzt wieder ein bisschen umgestütten. wird den cage wieder in die mitte gezogen und habe links und rechts jeweils eine bedrohung gesetzt hier mit den zwei blitzern hier möchte ich eigentlich schon langsam nach vorn kommen aber man ist hier ist immerhin so viel kleinischer mützel darin und er kann immer drei leute für sein für die box gegen die schwarze achsen zu also verteidigt sehr gut mit seinen menschen das ganze ohne ober so hier befreie ich jetzt mal mein schwarzer ein bisschen und töte den spaceball truppe er hat noch kein abruf so und jetzt komme ich zumindest mal ein paar meter noch vorne es ist egal den wii rolle ich weil ich ja drei wir als noch haben nur noch drei züge und mir als auch ein ko eingebracht ihr wollt jetzt noch weggutschen und das war ein doofer fehler ein sehr doofer fehler erst recht weil er doch jetzt ko gegangen ist aber doch hier oben immer noch ein bisschen so die touch down bedrohen die ist mir jetzt weg gebrochen hier wird die schwarze nach hinten geschoben und hier kommt jetzt der blitz auf den loner auf mocker und kann auch hier umgehauen werden und hier klappt der dodge schade und der blitzer wird zurück in die verteidigung gezogen schön ist jetzt hier die linke flanke ist jetzt schön offen und ich muss jetzt hier leute in touch down bedrohung bringen eigentlich wenn ich das mit sie noch mal anschauen hätte ich sogar ihn auch noch vorne ziehen sollen jetzt nicht vielleicht um die zustellen hier hätte ich eher zu stellen müssen vielleicht mit den go wird mitnehmen sobald macht es nicht zu haben jetzt macht er das einzige wichtige er stellt alle meine touch down bedrohungen zu den blitzer hier wenn ich jetzt den go food genommen hätte hätte ich das gar nicht so leicht machen können Und ich hätte noch den Reroll gehabt. Doof von mir. Jetzt ist der schon mal ausgefallen. Das ist Touchdown-Bedrohung. Hier kann nur geschoben werden. Sein letzter Reroll ist... Ne, er hat noch zwei. Nein, hat noch. Hier touch ich jetzt. Nimm das Go-Volt. Und holt mir den Einwürfelblock. Hab den Skull. Und leg ihn... auf den Boden. Jetzt kommt der Verzweiflungspass. Und leider fängt er diesen nicht. Ich habe zwei Alternativen gehabt. Ich hätte erst mit dem Dodgen können in die Tatstandzone und dann den Pass werfen. Oder so. Wie ich es jetzt gemacht habe. Hier fangen war glaube ich 50% Schaß. Ich weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre. Aber ich glaube... Na ja, den Dodge hätte ich geschafft. Und aufs Werfen hätte ich den Reroll gehabt. Es wäre wahrscheinlich geschickter gewesen hier erst zu Dodgen. Und dann... Und dann... den Pass zu werden. Also ihr seht hier waren... ein, zwei kleine Fehler... eigentlich die ganze Halbzeit über... mit drin. Die dann letztendlich den Touchdown... kosten. Einmal... Hier der Fehler... dass ich nicht noch eine Touchdown-Bedrohung... gestellt habe. Und... ähm... Hier der Fehler, dass ich nicht den einen Schritt mehr gegangen bin. Ja, und das macht dann Bloodball aus. Diese Kleinigkeiten. Und hier... Ähm... Ich hab's nicht verstanden. Aber er wollte unbedingt noch einen Pass werfen. Ähm... Geht er hin, nimm den Go for it. Hat ja keinen Reroll mehr. Und fällt hin und verpasst das nächste Match. Also ihr seht, jetzt hat er schon... ähm... den Toten. Und... ein Blitzer, der im nächsten Match nie mehr zur Verfügung steht. Das ist natürlich ziemlich... mies. Das Problem ist, wir haben jetzt in unserer eigenen Angriffshälfte nicht gepunktet. Und was noch schlimmer ist, seine Kaola kommen zurück. Meine bleiben liegen. Oder, meiner bleibt liegen. Ich stehe mich jetzt hier ein bisschen... offensiver auf mit dem Schwarzeugs. Was hier... in der Mitte... nicht so leicht durchkommen werden kann. Die schwache Seite ist jetzt definitiv hier die linke Seite. Und... man sieht schon hier auf der Aufstellung... er wird sich auf diese Seite konzentrieren. Was mich hier ein bisschen gewundert hat. Aber was sich als... äh... eigentlich gute Idee herausgestellt hat... ist hier... dass der Ogre nicht an einem meiner Schwarzeugs steht. Und das ist jetzt das Ziel. Brett Hart... muss weg. Und schon liegt er... aber zum Glück passiert nichts. Und hier... stellt sich der Ogre einfach mal hier an die zwei Schwarzeugs... äh, an den Schwarzeugs und dann den Blitzerwahn... einfach um die zu binden. Hier geht der Fänger natürlich gleich durch. Extreme Touchdown bedrohend... und ich komme da nicht mehr hin. Von dem hier war das echt gut gemacht. Ballgefühl schlägt zu. Der Ball ist in... Händen der Menschen. Und... jetzt ist natürlich alles... auf der linken Seite. Deswegen... kommen jetzt erstmal die Blitzer... die wo jetzt nichts zu tun haben. Mal hier nach hinten. Mal als Abfänger. Wenn irgendwas schief geht... zu dienen. Und jetzt blitz ich mich hier durch. Klappt. Und... verletze Reinwolf. Loner. Und stelle hier... den zu. Also mir war es jetzt hier wichtig... dass ich... alle möglichen... Ball... Träger oder... die wo... den Ball übergeben bekommen kriegen. Dass die... zumindest zugestellt sind. Hier habe ich jetzt... immenses Glück. Und ihr seht schon wieder... Mist. Next Game. Verpasst das nächste Match. Äh... Pizza Month. Ja. Da hat mein Schwarzer... ganze Arbeit geleistet... und hat Pizza Month... nach draußen geschickt. Ist jetzt natürlich ne... blöde Situation für ihn. Sind schon wieder... zwei Spieler draußen. Ihr seht's. Hier liegen jetzt... auf der verletzten Bank. Hier springen wir jetzt... nochmal kurz zurück. Ah... das war zu viel. Let's it. Hier versucht er jetzt... zu dodgen. Das kam im ersten Versuch nicht. Im zweiten schon. Und... blockt meinen Schwarzer weg. Den braucht er einfach... als Ballübergabe. Und tötet Serac. Ich apothekeere... und bekomme... Serac zurück... auf die Auswechselbank. Also hier... war... einiges los in dem Spiel. So. Jetzt kommt der Pass. Und er kann... nicht gefangen werden. We-Roll war ja schon draußen... beim Ausweichen. Ja. So. Jetzt kann ich ihn hier... zumindest mal zustellen. Mach... die einigermaßen... sicheren Blocks. Stell jetzt den ersten... Schwarzer hier... an den Ball. Einmal eine... Deckelzone. Jetzt versuchen wir... weitere Spieler... hier... hinzubekommen. Ritz... auf den... äh... Feldspieler. Leider nur schieben. Und die nächste... Technikzone ist da... hier die Unterstützung. Und jetzt... zwei Go-Fulls... und... unglaublich... der Org hat... den Ball. Das war jetzt... ziemlich riskant von mir. Also ich musste... zwei Go-Fulls nehmen... und musste... die 4 Plus werfen. Mit... dem... Reroll... den er eingebaut hat... hat er es dann letztendlich geschafft... mit einer 5. Aber ich dachte mir... nur Rüst noch fahren. Wir brauchen einen Touchdown. So... er bekommt nur... Postdown... Postdown... und jetzt liegt der Ball... ziemlich schön... safe. Er hat halt jetzt... den Einwürfelblock... nehmen müssen... weil... eigentlich sonst... alles zugestellt ist. So... Und jetzt kann ich ein paar... ja... sichere Blocks machen. Hier habe ich den... Zweiwürfelblock... weil ja... der Stärkevorteil da ist... Stärke 3 gegen... Stärke 2. Hier habe ich auch... zwei Würfel... mit meinem Blitzer. Und hier... kann ich das... Menschlein an die Liebe... da auf die Linie schieben. Dann schnapp ich mir hier... den Line-Man... leider nur schieben. Aber es reicht mir... dass ich meinen Blitzer... zwei bekomme... und der soll jetzt den Ball aufheben. Und schafft es auch... beim ersten Ball. Steht jetzt leider nicht safe. Ihr seht hier unten... liegt... der Blitzer... Lord Helmchen... muss aber ausweichen dazu. Schafft es nicht. Wie wollt das? Und schafft es wieder nicht. Er wollte jetzt quasi hier... ausweichen... rein... und blitzen. Eins-zu-eins-Plitz. Hätte ich auch gemacht... hat leider nicht geklappt. So... fängt er es wieder abkauen... der Ort wird hinterher geschickt... und... jetzt... mit meinem... Ball irgendwie... alles noch vorne... die Leute zustellen... die Leute zustellen... und hier... zuerst mal... surfen. Das ist nicht glaubt... jetzt muss ich das schon rerollen... aber jetzt ist er zumindest... weg! So, jetzt haben wir hier natürlich sehr viele liegende Menschen. Also hier kommt noch ein weiterer hinzu. Das Problem ist natürlich wieder, wenn er dodged, ist mein Ballträger Witzbar. Genau, das macht er auch. Er bekommt in einen Würfel rerollt es und kann zweimal nur schieben. Ich habe halt nie eine hundertprozentige safe Position hinbekommen für meinen Ballträger. Ihr seht, die Orks sind überall auf dem ganzen Spielfeld verstreut. Aber es ging zumindest gut. Und hier dodged, stellt es aus jedem, jeder Tacklezone raus. So, den stelle ich jetzt gleich mal mit zwei zu. Auch hier bekommt der Werfer Unterstützung. Die kann ich leider wieder nur schieben. Geh nicht nach. Ich weiß nicht, warum ich nicht nachgehe. Auch hier schiebe ich. Geh nach. Ach, hier habe ich den Blitz vergessen. Genau. Wieder so ein kleiner Fehler, der mich extrem geärgert hat. Hier wollte ich eigentlich blitzen und dann nach vorne laufen. Dann wäre das eigentlich schon wieder ziemlich safe gewesen. Ich hätte theoretisch sogar eventuell noch eine Runde stolen können, aber hätte eigentlich den Touchdown gemacht. So war der eigentliche Plan. Und hier, ich habe mich so geärgert. Ich kann es euch gar nicht sagen. So ein blöder kleiner Fehler. Die kleinen Fehler ziehen sich hier durchs ganze Spiel. So. Dann kommt, was kommen muss. Ein Würfelblock. Und mein Blitzer liegt am Boden. Und noch schlimmer, er wird auch noch verletzt. Keine langfristigen Auswirkungen. Und der Ball liegt an der Seitenauslinie. wird aufgehoben. Ich glaube nicht. Beim zweiten Mal klappt es auch nicht. Also hier habe ich das Extremes Glück, dass hier das Ball da auf ihm nicht klappt. Ich habe den Sieg schon wieder, ja. Ich habe, sag ich mal, gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt. Mal schauen, ob ich es noch schaffe. Ich schiebe jetzt absichtlich hier auf den Ball, weil da draußen war mir zu gefährlich und er fliegt eigentlich nicht schlecht für mich. Und jetzt kann ich mir hier meinen Werfer schnappen, Go4Itz nehmen, die mal wieder schief gehen. Und jetzt stehe ich ganz nah am Ball dran. Hier unten bekomme ich den Skull. Hier kommt sein Läufer. Und jetzt kommt der Blitz. 1 zu 1 Blitz auf meinen Werfer. Kann nur schieben. Versucht den Ball aufzuheben. Der Go4Itz geht schief. Und der Ball landet zu den Füßen meines Werfers. Er braucht jetzt nur noch den Ball aufnehmen. Ballübergabe. Nein, kein Päschen. Das war mir jetzt das Risiko zu viel. Und Touchdown! Nach einem chaotischen Spiel gehen jetzt endlich die WWE Smackdown Moshers 1 zu 0 in Führung. Ihr seht mal, wie schwer er ist was man mit seinen paar Menschleiden gemacht hat, den Touchdown zu machen. Aber wie gesagt, ich habe es mir auch selber schwer gemacht. So. Einzug bleibt für uns beide. ich habe mich für die Safety First Variante entschieden. Ich habe meine Spieler nach hinten gezogen. zwei Schwarze und ein Feldspieler. Das müsste hoffentlich der Loner sein oder genau als Futter für die Menschen. Der wäre es im sicheren Abstand. Fängt den Ball perfekt. Schon geht die Kloperei los. hier kann man nur geschoben werden. Und hier erwischt es den Feldspieler. Jetzt kann er noch blitzen. Aber erst hier hat er den Ball nur übergeben. Ich denke mal, der wollte eigentlich nicht passen. Hier sehen wir noch mal den Nöstungsböcher. Woher kommt der Pass jetzt? Ich hatte noch einen Blitz und das war's. Ja, zu den Statistiken. Wir haben einen Todesfall auf den der Spaceballs 4 Rüstungsböcher sind ihnen gelungen. Wir haben einen Touchdown. Null Todesfälle. Durch den guten Apotheker. Ich muss gleich klopfen, weil meine Apotheker nicht so oft so gut funktionieren. Ballbesitz hatten wir 75%. 40 Tackles zu 31 Tackles. Ja, drei erzwungene K.O.s, drei erlittene Verluste. Aus einer Seite zwei erlittene Verluste. Hier haben wir eigentlich mal SSPs gemacht, aber auch hier nach diesem Spiel gab es keine Level-Ups. Wer ist eigentlich MVP geworden? ein Sportzeug. Die Forsten. Okay, liebe Leute, dann war es das auch schon wieder. Die Sommerspiele gehen weiter. Ich habe auch schon wieder, ich glaube, noch zwei Matches im Petto, die ich euch zeigen möchte. Und, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Blood Bowl-Spiel wieder. Füßt euch, Servus, Äравi� Bis zum nächsten Mal.